Und bisher immer noch als einzigstes Unglück das Erdbeben freigeschalten. Moment, muss ich mal gucken. Da, da. Was hab ich? Erdbeben und die Riesenechse. Oh. Ah, guck einer an. Da hab ich ja ne Polizeistation. Ich glaub's ja gar nicht. So, was bauen wir jetzt? Eine Klinik oder wieder einen weiteren Abbauturm? Ein Toter pro Tag? Ah, naja, mein Gott. Ja, genau. Das geht noch. Das geht noch. Das kann man noch auskitzeln. Na. Ach, Mann. Aha. Ach, denglisch haben die hier wieder mal. Statt und and. Ach, die Sim. Mensch, Mensch. Oh, je. Also, da müssen wir noch... Die Sims-Sprache oder was? Äh, 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 ne, 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 ne. Ich war hier grad auf, ähm, der Universität. Und das Unterricht 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr und 15 Uhr. Ach so. Das könnte aber mit den 1.000 ganz gut aussehen jetzt. Ah, vielleicht brauch ich auch Wohnheime etwas mehr. Das könnte natürlich auch sein. Dann beiß ich mir aber gleich in den Arsch. Okay. Studenten in der Stadt. Aber die kommen von dir auch schon zu mir. Oh, es langt nicht. Es langt nicht. Für eine eigene Uni? Jetzt kommen die schon zu hier. So was aber auch. So, wo stehen wir mal ein paar Parks denn hier? Ach ja. Bei solchen Zählern zuzuschauen ist immer ganz schlimm. Ja, Shopping. Es wird's nächste bemängelt. Wir können hier nirgends einkaufen gehen. Mein Gott. Nur am rummeckern. Aber echt. Wobei neben so einem Casino, so ein Park? Oh, meine Spielehalle macht sogar Gewinn. Ich glaub's ja gar nicht. Na ja. Klingt ja nicht, äh, als ob das viel hier mitmacht. Hm. Grad mal 300 Simoleons. Achso. Da hab ich mir auch etwas mehr erwartet, dass die Leute da spielen. Also, das geht mal so gar nicht. Hast du's, ähm, hast du's am Bahnhof platziert? Oh, das hätt' ich vielleicht mal eher machen sollen, ne? Dann machst du gut, Gewinn. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Dann wird's das nächste Mal am Bahnhof sein. Ich könnte aber mal die Straße vom Bahnhof aus nach oben erweitern. Gut, dass du das mal gesagt hast. Hm. Ansonsten hätte ich die nämlich etwas vernachlässigt. Gut, wobei, die nächste Stadt wird ja dann eher auf Tourismus mal zielen, also. Ich versuch's zumindest. Das ist so eine richtig schöne Großstadt. Dass New York aussieht wie so eine kleine Vorstadt. So. So, haben wir wieder genug Jälte spart. Jetzt kommt der nächste Turm. Ah. Jetzt brauchen sie natürlich mehr Einkaufsgelände. Ich könnte... Nee, ich komm nicht auf die tausend, ähm, unterrichtenden Sims. Na, wobei, einmal Schule muss ich noch überstehen. Dann könnte es gut aussehen. Oh, was hab ich denn jetzt für eine Straße gebohrt? Ups. Scheint auf alle Fälle schon mal eine interessante Straße zu sein. Hört sich zumindest so an. Manchmal ist es komisch, also du kannst ja mit diesem, äh, eben Tool da so eine freie Kurven ziehen und so weiter, ne? Aber manchmal rastet der dann doch in die Linien ein. Tja. Dann sieht die Straße schon komischer. Das hatte ich hier irgendwo auch mal bei irgendwelchen Straßen. Ja, mal gespannt, wie ich die, die nächste Stadt anlege. Hä? Was dat? Ach so, ein Laden. Moment mal. Ach, besten Listen gibt's hier auch noch. Oh Gott. Nee, nee, da klicke ich dann lieber mal nicht drauf. Weil Platz Nummer 1 ist ja mal ganz klar. Also der ist ganz klar woanders da. Ach, jetzt kommen. Nee, das wird nichts. Okay. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. In Rindsheim. Na, das ist ja ein netter Stadtname. Was haben wir da drüben? Das sind hier aber alles irgendwie so Ressourcen-Städte, hä? Hm. Hm. Das wäre natürlich interessant für so eine Touristenstadt mit Wasser. Ja, sag mal, ihr habt doch schon eine Klinik. Drei Tote pro Tag. Tja. Müssen wir mal hier ein... ähm... Zimmer anbauen. Die sind halt wahrscheinlich so unfreundlich. Schiene und Wasser. Hm. Herzenöl. Hm. Ja, ich suche zwei Stunden lang jetzt einfach mal aus, wo ich eine Stadt baue. Ich versuche hier gerade so ein bisschen Kugel zu bauen und es sieht irgendwie scheiße aus. Ach ja. Komm. Was soll's. Na, war die. Ja. Wagenfluss. Was für ein Stadtname. Ui. Nö, das könnte sogar perfekt werden. Hm. Gut. Wo geht der Wind? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Wo geht denn der Wind hin? Ähm. Da kommt ein bisschen blöd. Ich wollte eigentlich das Industriegebiet auf die andere Seite haben. Hm. Gefällt mir nicht ganz. Aber okay, was soll's. Wollen die schon eine Bildung haben. Da braucht man schon Bildung. Also, ne. Und überbewerteter Schnickstack. Oh gut. Könnt ihr dort. Ja. Mal sowas von. Könnt ihr dort drüben Öl machen? Hä? Das Problem ist, es ist nicht drüber, ne? Also lassen wir das einfach. Okay. Ach, ich hab hier nur 50.000 Simorions, wenn ich die Stadt wechsle? Ist nicht wahr. Dachtest du, das Geld wechselt drüber? Ah, zumindest ein bisschen was. Wär zumindest netter gewesen. Ne, also jede Stadt hat sein eigenes Kapital. Seine eigene Geldtasche. Ne. Du kannst dir halt nur Geld hin und her. Geld hin und her? Was kann man alles in den Dings? Noch da? Ganz. Erschieben, aber das dauert immer. Okay. Ja, nö, okay, okay. Du warst grad ein bisschen abgehakt, deswegen. Achso, achso. Hast du mich verstanden jetzt mit dem Geld? Ich, 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 ich hab dich verstanden. Ja, ich kann das Geld so ein bisschen hin und her kutschieren. Gut. So. Du hast, ich seh grad, du hast die meisten Simorions. Echt? Okay. In der Ehenstand zumindest. Ah, ja. Oh, da steht, dass du 354.000 hast. Ähm. Okay. Interessant. Also, bei deiner ersten... Ah, ja, ja, also hier, ähm, definitiv noch nicht ganz so. Ja. Wie machen wir das jetzt? Wie legt man hier Brücken? Einfach, ach, einfach drüber ziehen. Einfach ziehen. Ja. Perfekt. Es ist so perfekt. Oh, oh, die Metallzentrale kann ich schon bauen. Na, wunderschön. Zu wenig Geld. Na, das war ja klar. Tja. Am meisten so, ne? Hm. Und jetzt? Immer noch nicht. Machen wir mal so. Jetzt. Endlich. Und ich sollte vielleicht schon mal die ersten Leute hierher kommen lassen, ha? Oh, Schleppnummer. Das wird eine sehr eigenartige Stadt, was ich hier jetzt anbaue. Tourismus? Hm. Hm. Ja, toll, super. Die kosten ja immer mehr, die Teile. Hä? Strohversorgung, Wasserversorgung, hab ich doch alles da? Ach so, lass neue Leute einstellen. Und, hatte schon jemand in den Kommentaren geschrieben, wie deine Stadt heißen soll? Äh, ne, leider noch nicht. Ähm. Bei dir? Nö. Casino hat mal einer was geschrieben, aber ich weiß jetzt nicht, ob das darauf bezogen war, dass ich ein Casino... Oh Gott, was baue ich denn da? Dass ich ein Casino bauen soll, oder ob die Stadt so heißen soll? Wohl eher bauen, oder? Wohl eher bauen, ja. Wenn ich das mache, wird's teuer. Also das wird eine sehr eigenartige Stadt. Naja. Nö, 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 nö. Das machen wir weg. Städtebau extrem. So. Hm. Jede Menge Gebäude frei, aber es will keiner in meine Stadt kommen. Irgendwoher kenne ich das doch. Höhöhöh. Ach, jetzt wollen wir noch eine Feuerwehr hier. Feuerwehr, Feuerwehr. Müssen die immer gucken. Wasserknappheit. Hä? Gibt's doch gar nicht. Ach so, da arbeiten immer noch keine Leute drinnen. Verarscht mich doch nicht. Klassenzimmer voll und wieder kein Geld. Jetzt weiß ich zumindest, warum es so lange gedauert hat. Ich war natürlich im Schildkröten-Tempo. Ja, man sollte das vielleicht. Und dann. So. Und als Strafe setze ich gleich mal die Steuern hoch. Sehr schön. So, nebenbei können wir gleich mal gucken, was die andere Stadt macht. Ob die schon niedergebrannt worden ist. Ich glaube, die wird so abgespeichert, bis man wieder spielt. Ja, ja. Das richtig. Oh.